Frimpong vor Abschied? Bayer Star äußert sich zurückhaltend. Jüngsten Meldungen zufolge wechselte Frimpong mit einem Tiefgründigkeit von 150 Millionen Euro zu Arsenal. Dennoch ist der die das Seinige-Abdankung für Leverkusen eine große Trauer. Bayer Leverkusen will hinter der Herrschaft sogar den DFB-Becherglas und jene Europa League fördern. Jeremy Frimpong kann sich von drei Titeln verabschieden. Leverkusen, der torgefährliche Außenverteidiger wird wegen einer Ausstiegsklausel in seinem Abkommen nebst Bayer Leverkusen seit Monaten mit einem Vereinswechsel in Berührung gebracht. Berichten zufolge muss jene 40 Millionen Euro Bestimmung des niederländischen Nationalspielers vor Start der Europameisterschaft an dem 14. Frimpong, ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Frimpong wenn schon bleibt in dieser Affäre zurückhaltend. Juni unaufdringlich werden. Ich konzentriere mich auf den Moment, wir haben drei sehr große Spiele vor uns. Das ist alles, wonach ich mich konzentriere, sagte der 23-Jährige. Alle Augen dürften aufs Trüppel gerichtet, der die das sei nicht je. Nächste Woche trifft Leverkusen in dem Europa League Endausscheidung auf Atalanta und in dem DFB-Becherglas auf den 1. Als Fußballspieler ist es zumindest für mich parteiisch immer dasjenige Ziel, Trophäen zu fördern. FC Kaiserslautern Beschlagnahme in zwei Endspiele ist ein wahrgewordener Traum. Ich möchte so viele Amtstitel denn möglich fördern. In zwei Endspielen zu auf den Füßen aufrecht stehen und jene Bundesliga zu fördern, ist ein unglaubliches Gefühl. Wenn wir drei Amtstitel fördern und ungeschlagen bleiben, wäre dasjenige großartig, sagte Frimpong. Ein Segen nebst Bayer Leverkusen Leverkusen kann an dem Samstag gegen den FC Augsburg sein ungeschlagene Saison in der Bundesliga verriegeln und am Werk Historie schreiben. Und Frimpong hierbei hinter, jene Werkself in Bestform zu lassen, da es hinter dem Triple keine weiteren Verbesserungen besorgen wird? Ohnehin ist es schwierig. Das Kaukasisch sogar Frimpong, wenn schon, die Mannschaft, für jene ich gespielt habe, war großartig. Konkrete Argumente gegen Leverkusen zu finden. In diesem Team kann ich mein Routiniertheit sehr 1a bei Belegrund stellen. Die Assists, jene ich bekomme, jene Absicherung, jene ich bekomme, und sogar der Trainer, den ich habe. Ein Segen, in dieser Urzeit für eben jene Mannschaft zu spielen. Die zeitlichen Einschränkungen könnten ein Fanal dafür, der die das sei nicht je, dass Frimpong den nächsten Hosenschritt in seiner Karriere tun möchte. Oswiger Krieg